Tag. Gude. Grüßen euch. Na, auch hier? Neue Ausgabe von Schoki Banuki Daily. Ja, Marc. Heute ist der 16. Februar und wir haben euch heute auch ein Geburtstagskind mitgebracht. Am 16. Februar 1935 hat Sonny Bono Geburtstag. Oder hat er, er ist mittlerweile gestorben? Yeah. Also, nee, zum Geburtstag meine ich. Ja, ja, ja. Weißt du, wer Sonny Bono war? Du wirst es sicherlich. Ohne zu spieken auf meinem Predator, okay. Sonny Bono, das ist der Ex-Mann von der Cher gewesen. Von der Cher. Die haben doch zusammen, als Pop-Duo sind die aufgetreten und hatten sogar eine eigene populäre Fernsehshow, die The Sonny and Cher Comedy-Hour. Ja. Sagt mir jetzt was, aber 1935, das ist der Schuljahrgang von Sascha und von dir. Da habe ich nichts mit. Boah, ist das ein Arsch. Das ist euer Schuljahrgang. Okay, ja, alles klar. Bisschen später. 16. Februar 1957. Ganz großer Fußball. 4 zu 0 hat die äthiopische, schwieriges Wort, äthiopische Nationalmannschaft gewonnen gegen die ägyptische Auswahl. Und somit sind die der erste Sieger der Fußball-Afrika-Meisterschaft. Hui. Ja. Herzlichen Glückwunsch nach Äthiopien. Gratuliere. Ja, habt ihr gut gemacht. Habt ihr gut gemacht. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, ich habe noch einen Fakt des Tages. Fakt des Tages. Die meisten Arbeitsunfälle passieren montags. Ja, das war klar. Ist ja logisch, oder? Das ist logisch. Also das hätte ich jetzt auch gesagt. Wenn mich jemand gefragt hätte, wann passieren die meisten Arbeitsunfälle? Das ist ja ganz klar. Du bist noch vom Wochenende, hast vielleicht noch, weiß ich nicht, hast noch ein paar Atü auf dem Kessel. Gehst zur Arbeit. 3,8 auf dem Kessel noch und gehst zur Arbeit. Bist noch irgendwie überhaupt nicht motiviert und schlurfst dann da so lang und fällst die Treppe runter. Geschlafen hast du auch nicht wirklich. Hast nicht geschlafen. Wie war dein Wochenende? Helldunkel, helldunkel, Montag. Siehst du? Helldunkel, helldunkel, Montag. Sehr gut. Nee, kann ich mir vorstellen, ja. Und dann, sag ich mal, so leicht ange, ne, an so eine Maschine. Oh, Arm ab. Arm ab. Irgendwie so, ah. Ach, hoppala. Ja, also. Ja, Montag. Passt auf. Passt auf euch auf. Montag ist gefährlich. Aber versuch erstmal jetzt den Tag zu überstehen und morgen sehen wir uns wieder. Mal kommende Folge. Wie es euch dann geht. Na? Alles klar. Passt auf. Mach's gut. Tschüssi. Tschö. 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 Tschö.